Hallo zusammen. Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Botschaft nach Westphal anzunehmen bei Gwian Tautmantel in Westphal an dieser Position. Vorquest ist Botschaft nach Westphal. Da musste man vom Rotkammgebirge hier hinlaufen oder hier hin fliegen. Nun geht es wieder zurück. Man bekommt auch ein Quest-Item mit. Mit dem muss man aber nichts anstellen. Ihr müsst nur darauf achten es nicht zu zerstören oder aus Versehen auf die Bank legen, denn zur Questabgabe muss es im Inventar sein, soweit ich weiß. Auf YouTube werdet ihr die zwei Quests daran erkennen, dass die Vorquest Botschaft nach Westphal Teil 1 heißt. Diese Quest Botschaft nach Westphal Teil 2. Falls es noch eine Folge Quest gibt, die genauso heißt, wird das Teil 3 sein. So ich bin auf dem Flug und ich melde mich sobald ich im Landeanflug bin oder schon gelandet bin. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Gleich lande ich und nun geht es weiter zu Solomon. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr im YouTube-Kanal-Banner. Da poste ich die Software, was ich aufnehme oder was als nächstes ansteht. Dürft ihr gerne abonnieren und liken, wie ihr wollt. Wichtiger ist aber der YouTube-Kanal, also falls euch meine Videos helfen, würde mich freuen, wenn ihr ihn abonniert oder auf den Videos einen Daumen hoch gebt oder sogar beides macht. Liegt ganz an euch. So. Da bin ich auch schon. Der Rest ist abzugeben bei Magistrat Solomon im Rotkammgebirge an dieser Position. Hoffen, mein Video konnte euch helfen. Eizocke Ende. Heute weiter. Vielen Dank.